Ein Ford Mondeo steht hier zum Verkauf. Der blaue Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 179 PS an einen Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.